Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Was ist das? Spielball in der Näcke! Ich bin schrecklich! Ich bin schrecklich! Los, los, los! Dori, Brotapontas, Kervano bis die Siegla! Das ist toll gemacht, Männer. Sie laufen davon. Und so soll es auch bleiben. Raus jetzt! Der Anzeige, der Unterkunft der Tat in Zeiten 8. Sollt ein Schwerpunkt sich. Arstein! Schellgebnis! Die Ingenie mit Rahmen an die Panzer! Ich gebe Ihnen Feuergriffen! Die Barsch! Ich brauche Deckung! 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 Wer ist da? Wir brauchen Verstärkung. Vorletzere was prüfen und dann schnell Meldungen machen. Wieso besser, weil ich das nicht fertig bin. Da kommt ein Gericht, der auch mal etwas Neues verrät. Gehen Sie in Abwehrstellung. Wir grüßen, wie viele sind. Schicken Sie uns einen MG-23-Grupp. Sagen Sie den Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Sie sollen keine Nade-Hemmungen! Schicken Sie uns einen MG-23-Grupp. Sie sollen mit dem Gnade-Hemmungen einstellen. Sie sollen mit dem Gnade-Hemmungen geben. Schicken Sie mich, dass die Schicksche von der ehemigen Feuerschoss! Versuch sich die Waffen. Mit dem Gnade-Hemmungen! Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir werden den Panzer zerbärken. 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 Hand! Ich soll Verstärkung schicken! Aufsteigen! Feldwebel! Übernehmen Sie mit drei Minuten in der Flaschau! Aufstehen! Kein Problem, genossen! Aufstehen! 1 Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020